Hello, ihr Zuckerschnuten! Ich wollte euch mal aus dem Büro eine liebe Botschaft schicken. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wo ich hier so arbeite, beziehungsweise mit euch kommuniziere und die Krebskampagne vorantreibe. Voilà, my office. Da, 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 da. Genau. Also, hier kommuniziere ich mit euch, hier versuche ich alle eure E-Mails zu beantworten. Ist nicht immer ganz einfach. Ich habe tatsächlich noch, warte, ich muss gucken. Ähm, da, 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 da. 1174 ungeöffnete E-Mails. Ich versuche dem natürlich gerecht zu werden. Ich hoffe, ich schaffe es auch. Ihr seid es nämlich alle wert. Und, ähm, ansonsten, ähm, genau, wollte ich euch sagen, ähm, dass wir ja umgestiegen sind mit der Produktion auf Bandy-Shirts. Und, ähm, nicht, dass es irgendwelche Missverständnisse gibt. Wir, ähm, kooperieren und arbeiten sehr, sehr intensiv mit den Jungs zusammen. Und es ist, ähm, auf jeden Fall eine sehr gute Kooperation. Und, ähm, ich bin den Jungs auch sehr, sehr dankbar für, ähm, die Zusammenarbeit. Denn sie arbeiten echt extrem selbstlos. Also verdienen so gut wie gar nichts an, äh, der Produktion. Also wir versuchen das eins zu eins abzurechnen. Damit wir dem Kunde natürlich auch sehr gerecht werden können. Mit dem digitalen Direktdruck, der sehr, sehr hochwertig, aber auch gleichzeitig sehr, äh, teuer in der Produktion ist. Ähm, ich möchte mich natürlich auch entschuldigen für irgendwelche verzögerte Lieferzeiten, die momentan am Start sind. Aber wir müssen halt noch, ähm, die Umstellung von Alt auf Neu ist nicht ganz so einfach. Und, ähm, da habt ein bisschen Nachsicht. Ich verspreche euch hoch und heilig, jeder bekommt seine Ware. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, könnt ihr gerne euch auch an mich wenden. Ähm, miriam at miriam-von-m.de, glaube ich. Ähm, ja, das war so ein Gehirn-Freeze. So nennt sich irgendwie so Chemokopf, ne? Ähm, ansonsten, ja, ähm, möchte ich euch noch sagen, dass, äh, ich sehr, sehr dankbar bin, dass ihr meine Kampagne unterstützt. Es ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und, ähm, ich hoffe, dass noch ganz viele weitere, die unterstützen werden, damit das Ganze sich auch, ähm, ja, manifestiert. Ähm, und damit 2015 noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden kann. Ähm, das Ganze hier ist schon ein Roman. Ich bin bei 2 Minuten und 40 Sekunden. Ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen. Aber, ähm, naja, ihr wisst ja, wie das ist. Man kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Was ich natürlich gerne von euch hätte, vielleicht auch eine kleine Videobotschaft oder irgend sowas in der Art, vielleicht auch ein kleines Bild von euch, das ihr gerne bei mir teilen könnt. Ich hab's unheimlich gerne, wenn ich weiß, mit wem ich hier kommuniziere und wer ihr so seid. Und, ähm, das wär super, super toll für die Miriam. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, was ich so sagen soll. Und ich muss auch weiterarbeiten für euch. Ach so, ja, genau. Ähm, Leipzig hat sich gemeldet. Ihr wisst ja, letzte Woche stand der Termin mit Leipzig an. Und, ähm, es wird definitiv oder sehr wahrscheinlich zu einer Zusammenarbeit kommen und die werden sich um mein Buch kümmern. Und mein Buch wird Anfang nächstes Jahr rauskommen. Wahrscheinlich im Februar, wenn alles gut geht. Und dann gibt's ganz, ganz viele Dinge von mir zu lesen. So, und halt meine Geschichte kennt ihr ja schon. Die ist online. Und, ähm, ja. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr ganz, ganz viel dieses Video teilt, damit ganz viele Leute auch auf die Kampagne aufmerksam werden. Ich schicke euch viele, 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 viele Küsse. Und, ähm, viel Gesundheit. So, vergesst nicht, meine Facebook-Seite Myriam von M. Ja, ich hab's extra mit Myriam ausgeschrieben, weil es mit Y geschrieben wird. Ich bevorzuge natürlich Myriam. Ähm, oder halt natürlich mein YouTube-Channel unter dem gleichen Namen. Oder aber auch meine Homepage. Und jeder, der meine Kampagne finanziell unterstützen möchte, kann sich ein Kampagne-Shirt, äh, bei mir kaufen. Es gibt ganz viele verschiedene tolle Sachen. Ab Anfang Dezember ist das neue Shirt im Shop. Und, beziehungsweise, das neue Shirt ist nicht im Shop, sondern der neue Shop wird online gestellt. Und da gibt's dann ganz viele tolle neue Möglichkeiten für euch. Und nicht nur T-Shirts. Jawohl, jawohl. Okay, meine Lieben, genug gequasselt. Wir sind bei 5 Minuten. Und bitte, bitte schlaft nicht ein. Ich hab euch alle lieb. Bis bald. Ciao, eure Myriam.